Ja, jetzt sagt ihr wahrscheinlich dem Xingfluencer zu seinem Wochensteiger Nummer 15, dem geht es ja gerade richtig gut. Der braucht erst mittwochs anfangen, so ein bisschen Videos hier machen und tralala. Nein Freunde, mich hat eine Männergrippe dahin gerafft. Ich hatte echt diese Nahtoderfahrung die letzten Tage. Aber alles gut. Bin wieder auf dem Damm, macht euch keine Sorgen. Nächste Woche dann hoffentlich wieder ein bisschen zeitiger. Letzte Woche haben wir über Order Management gesprochen und die Wichtigkeit, warum man das alles an einem zentralen Ort haben sollte. Da möchte ich nochmal ein bisschen den Finger in die Wunde legen und darauf aufmerksam machen, dass das ja in diesen schwierigen Zeiten wirklich ein Key Feature ist, was man in E-Commerce benötigt, um eben eine ideale Customer Experience für seine Kunden zu generieren. Ist der Bestand da? Wie ist der Bestand oder wie ist der Stand meiner Rücksendung? Ist ein Artikel bald vielleicht wieder verfügbar? Kann ich den sogar mir in die Filiale liefern lassen und da abholen? All diese Fragen lassen sich wunderbar mit einem Order Management und bei uns heißt das Aroma, Avato Order Management. Damit lässt sich das einfach wunderbar abbilden. Link nochmal zu der Seite unter diesem Video. Wünsche euch eine tolle Woche. Ist ja schon Mittwoch. Nur noch zwei Tage durchhalten. Bis dann! Bis dann!